Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu dem Video. Ihr seht schon, wir machen gerade wieder was. Bruder, ich brauche gar nicht drüber reden. Bei mir ist sowieso... Ich habe mich nicht gerade gesagt, alle sollen drüber gehen. Du kleiner Braststück, Digga. Ich banne dich gleich aus dem Leben raus. Auf jeden Fall, Freunde, ihr seht schon. Wir spielen heute Among Us mit ein bisschen Mods wieder in Battle Royale dieses Mal. Und mit dabei haben wir Odoman. Odoman! Bruder, ich bin echt dankbar, dass du ein neues Mikrofon hast. Bei Mod, Digga. Das mit dem alten Mikrofon meine Ohren werden weg, Digga. Und André ist mit dabei, wie immer am Schleim. Ich habe nur ein Ziel, Digga. Ich werde Odoman abstechen. Digga, ich werde euch beide in den Arsch knallen. Aber warum ist Odoman kleiner als wir, Digga? Ach, weil er keinen Hut auf hat, oder? Bei mir ist der genau gleich aus dem Frisch gewesen. Der ist genau... Egal. Auf jeden Fall, Freunde, ihr habt schon richtig gehört. Wir spielen in Battle Royale. Und an sich kann man sich denken, wie es funktioniert. Wir killen einfach jeden. Und der Letzte, der überlebt, gewinnt das Ganze. Aber wir haben noch verschiedene Runden, wo wir dann ein bisschen weniger Sicht und so machen. Ein bisschen weniger Tempo und andere Einstellungen. Damit wir gucken, womit es am geilsten ist. Und ihr könnt natürlich auch mitspielen, Freunde. Beziehungsweise mit euren Freunden das selber spielen. Die Mod-Lots, die gibt es bei mir auf dem Discord ab Level 5. Aber jetzt, Heide, wir starten in die Runde rein. Digga, steht der jetzt bei uns allen Impostor, oder was steht da jetzt? Ey, Odoman, kill everyone. Wie geil ist das denn? Okay, und ich wünsche Security gespawnt. Man spawnt einfach irgendwo auf der Map. Wir haben 30 Sekunden Kill-Kulon, glaube ich. Und in der ersten Runde lassen wir das einfach mal so, Freunde. Ich mache die nächste Runde viel, viel weniger Sicht. Jetzt will ich aber mal einfach so, dass wir normal drauf losrennen und spielen. Let's go. Oh, hier ist jemand AFK. Man kann auch nichts benutzen, ne? Aber warum chillt der hier? Ero, geh weg! Ich muss aufpassen. Sobald ich einen Kill mache, kann ich halt nicht mehr mich irgendwie wehren oder so. Und wenn ich vielleicht von irgendjemand gekillt werde einfach so, dann ist es vorbei. Oh, lol, bei Spacemen sind die Türen auf. Die Türen sind einfach auf, Digga. Bist du schon tot? Nein! Oh, du Mann! Bruder, was ist das für ein Cut-Facial-Royal, wenn man direkt tot ist, Digga. Oh, ja, Kind, mein Frau, schlägt. Halt dein Maul, Junge. Ich will, dass du jetzt die Runde... Halt die Frist! Ja! Oh, mein Gott, das war... Kahn, du kleine Lusche! Hast du so verdient zum Post, Digga. Wie er noch muss T-Backen, Digga. Er macht genau das Gleiche. Nein, er hat sogar uns beide geteabackt. Oh, shit, Digga. Bruder, ihr seht nur Geister rumfliegen. Ich schwöre, die Runde geht seit 10 Sekunden, es fliegen einfach überall nur Geister. Ist so. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geister. Ja, es leben vier Leute. Ja, siehst du auch oben links, Bruder. Oh, mein Gott, cringe. Er dachte, er hat gleich schon gelöst. Oh, warte. Bruder, er hat gerade richtigen Run, Alter. Ero HD mit... Guck mal, er hat T-Back den auch, Digga. Warum macht der das? Bruder, weil du es gemacht hast, Digga. Und du bist ein schlechtes Vorbild für die Kinder. Digga, traurig, traurig. Checkst du? Nein, hab ich ja verstanden. Oh, oh. Oh, shit, Digga. Okay, jetzt ist eins gegen eins. Sache ist, Freunde, das Fighten hier an sich ist auch ein bisschen schwierig, wenn man eigentlich einfach nur jemanden sieht und dann direkt ihn killt. Deswegen... Das Ding ist, glaube ich, guck mal, er spielt das gut, weil er kämmt einfach nur und wenn jemand kommt, zack, Digga, weißt du, was ich meine? Ist okay, aber ich wollte gerade nicht zu Ende reden, Bruder. Ich mag das eigentlich, wenn du mir einfach dazu klauerst. Nein, red einfach nicht mehr. Mach das bitte öfter. Spasti. Was macht der? Oh, ich check schon, Digga. Ich check schon, Digga. Ich check schon, Digga. Junge, willst du das eigentlich nur abfocken, Digga? Okay, ich hab ich auch. Wo ist der letzte? Wo ist der andere? Okay. War das gerade wieder extra? Ich schwöre, das ist O-Dopons-Video geworden, Bruder. Scheiß drauf. Ich mach einfach dein Gesicht rein. Ich bin einfach gerade voll gehypt auf die Fische, Digga. Das ist einfach geil, Mann. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Freunde, ist, wir spielen nächste Runde mit komplett weniger Sicht, das wir eigentlich nächstes Mal sehen können. Dann gucken wir mal, wie es da ist. Weil dann kann man auch ein bisschen so die Trollen und so um die rumlaufen. Lass mal im Map rumfliegen. Ich find den auch nicht. Wie suchen den jetzt? Bei unseren Leichen ist nichts. Besmin ist nichts. Jimmy, geh mal Admin gucken. Ich finde, der ist verschwunden. Oh, lol. Wenn man gewinnt, Digga, kommt das einfach so mit Green. Lol. Okay, wir starten jetzt rein, Freunde, mit 0,5er Vision und ein bisschen weniger Speed. Mal gucken, wie es so funktioniert. Und die Sache ist, ich habe jetzt auch keine Kleidung an oder so. Vielleicht können die mich da nicht so schnell entdecken. Wisst ihr, was ich meine? Und ich spawne in Admin. Uh. Okay, Hochkeck-Left-Game. Hochkeck, schon wieder Probleme. Oder bei dem funktioniert irgendwie gar... Ne, ey, warte, ich habe ihn noch cooler. Die sollten auch den Coolant vielleicht höher machen vielleicht. Oder runter, wäre auch krass. Dann kannst du so Double-Kill machen, wenn jemand kommt. André gleich wieder tot als erstes. Ist die schon kommen? Ne, ich töte jetzt ohne, Mann. André, verpiss dich. Nein, Adros bei mir. Halt's Maul. Ich drücke einfach die ganze Zeit drauf. Ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn gekillt. Let's go. Die Sache ist, Bruder, wir sind jetzt für 30 Sekunden und sind wir ripped, ne? Wir müssen uns verstecken, Digga. Sobald irgendwer kommt oder so und... Oh, nein. Nindroid, nicht machen. Nindroid, hau ab. Hau ab, wehe, du killst mich. Er hat mich gerade gekillt. Oh, okay, okay, gut, 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 gut. Was, du bist tot? Egal, André hat's verdient. Kennst du diese Menschen? Du bist schon am Boden, Digga, die fragen noch so. Ist so. Oh, ich kann wieder killen. Jetzt leben noch vier Leute. Oder was das für ein Battle Royale haben wir noch rollen? Wenn du willst, ich mach dir Scout, Digga. Ich sag, wo welche sind. Hä, wie geil. Geil zu versteckt. Ich check es jetzt, Digga, dass hier einfach dieses DVD-Ding ist und das fast jedes Mal die Ecken berührt. Richtig zettetfeig. Wie? Zettetfeig? Zettetfeig. Zettetfeig. Alter, dein Maul. Pass auf, einer kommt rein, Kippe. Oh, okay, alles nicht stopp. Guck mal, André, du bist meine Drohne. Du besagst mir jetzt ungefähr, wo die Leute sind, weil ich kann nicht so viel sehen. Bruder, was ist das für eine Drohne? Du bist keine Schreibmaschine. Er ist jetzt links gegangen. Links, links. Ernsthaft? Hast du Killkodon noch? Er hat dich nicht gesehen zum Glück. Er geht Electrical, glaube ich. Meinst du? Ja, ist er, ist er, ist er. Okay, ich komme hinterher, ich komme hinterher. Er ist jetzt drinnen, Digga. Du könntest ihn abstechen. Warte, vielleicht kann ich den Kippel machen. Er ist Security. Er kommt drunter. Pass auf, Bruder, pass auf. Ich gehe jetzt von oben Electrical, Digga. Chill da jetzt hin. Er kommt zu dir. Er geht wieder hoch, er geht wieder hoch, Electrical. Oh, shit, Digga. Ich habe den Hubs genommen, weil er mir zugehört hat. Weil er noch hochgerannt ist, weil er dachte, ich gehe wirklich oben lang. Okay, es lebt noch ein einziger. Bist du das, Odemann? Es lebt wieder keiner, Digga. Oh, es ist Odemann, stimmt. Halt's Maul. Oh, du wirst dich niemals finden, Digga. Bruder, du bist so fett. Ich sehe dich selbst durch die Wände, wetten wir? Ich sage dir ehrlich, ich habe Kill direkt ready. Ich könnte dich hunden gehen, Digga. Echt? Bei mir sind es noch 20 Sekunden. Let's try, oh my god, ich habe Angst. Nein, 18. Ich stech dich direkt ab, wenn ich das sehe. Ich sage es dir. Noch 15 Sekunden, Bruder, chill. Ich stech dich so ab. Digga. Easy, Bruder. Lord, Victory Royal, Digga. Ich dachte, da steht jetzt mein Name bei allen, aber egal. Victory Royal ist richtig aus. Es steht auch überall. Es steht überall KidMap. Ah, okay, außer bei mir. Digga, dann war das auf jeden Fall schon stabil. Ich fand es auch geiler mit weniger Sicht, Freund. Wir machen jetzt komplett Übertreibungslage. Ist ein Wort, ich weiß nicht. Falls nein, dann du den, mach rein. Okay, Freunde, weniger Tempo und weniger Vision. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Und ich bin wieder KidMap geworden, Digga. Hä, was ein Glück, Alter. Alter, ich bin Odoman geworden, Digga. Nein, halt das Maul, du Armer. Du bist Odoman und bist übergewichtig. Digga, das ist richtig eklig, so slow zu sein. Oh mein Gott. Ich verstecke mich einfach nicht. Nein, André. Oh, André. Nichts, mach, nichts, mach, Bruder. Mach ein Team, Digga. Komm, wir machen Team. Mach ein Team. Wir können nicht Team, Bruder, weil sobald du Killbutton drückst, killst du mich aus. Ja, aber ich gehe vor, ich bin so dein Bodyguard. Ah, und wenn der von hinten kommt, geh lieber weg, Bruder. Ich will keine Unfälle. Geh weg, ich will keine Unfälle, Bruder. Ich habe Sicherheitsabstand, Coder. Alles klar. Sache ist, Digga, ich bin gerade so am Spam auf diesen Killbutton. Sobald ich einen irgendwie sehe, Digga, der ist sofort... Du wirst mich gleich, Digga. Jungs, ich bin gestorben. Wirklich? Ja. Wie kacke bist du? Einfach... Oh! Es war doch, oh mein Gott. Ich hab viel Dicken. Oh mein Gott. Ich hab einfach nur den Killbutton gespammt, ich bin ehrlich. Oh, oh, nein. Nein, er chillt einfach in einem Raum an der Ecke. Du Kack-Camper. Ero, renn hoch. Dicke, Ero, Ero, richtig wichtig. Hallo? Ist da gerade jemand? Hä? Da ist einfach jemand an dem vorbeigelaufen. Äh... Der hat uns scheinbar die Killkuhl dauernd, Digga. Ey, hör doch auf, Mann. Aber es bockt eher echt... Äh, 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 äh. Digga, was war gerade los? Hast du zehn Minuten gebraucht, um das zu sagen, Bruder? Ja, ich musste ein bisschen überlegen. Banane left the game. Alles gut, Banane. Banane, Digga, Ero. Bruder, wir wollten sowieso nicht spielen, Digga. Left it einfach alle. Ist in Ordnung. Wir können keine Camping gucken, Udermann. Wir können keine Camping. Wir sind alle drei dumm. Oh mein Gott, Digga. Wir sind alle drei dumm. Oh, Dr. Witz? Das ist der, der einfach gecampt hat in der Ecke. Der chillt in der Ecke, Digga, und wartet bis Leute reinkommen. Oh, shit. Du hast eine Sicht gerade. Ah, die trennen sich gerade schon wieder. Warte, wir machen das so. Killt euch nicht. Das ist halt echt auf der anderen Seite, Digga. Oh, jetzt wird es fein. Oh mein Gott, die sehen sich sogar schon. Oh, und Erro hat es gemacht, Bruder. Wie spannend war der Kill gerade bitte? Das war richtig spektakulär, dieser kleine Sprung. Dafür haben wir jetzt eine halbe Stunde gewartet, Bruder, damit dann kurz deinen kleinen Job gemacht wird, Digga. Digga, das war es. Okay, Freunde. Warte, ich mache das Geräusch. Was? Okay, Freunde, ich sage, das war es dann mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Da checkt die Jungs ab. Und deswegen können wir noch ein bisschen reden, wenn ihr Bock habt. Spaß, hoffentlich.